Hallo, mein Name ist Henning. Vielleicht kennst du mich schon aus dem Hörbuch Führerschein der Klasse B. Ich begleite dich nun mit dem Hörbuch der Klasse A zu deinem Führerschein fürs Motorrad. In diesem Hörbuch hast du die Möglichkeit, dir alle prüfungsrelevanten Fragen und die dazu passenden Antworten immer und immer wieder anzuhören, ob im Bus, in der S-Bahn oder vor dem Schlafen gehen. Ich lese dir immer erst die Frage vor und gebe dir einige Sekunden Bedenkzeit. Dann hörst du von mir die passende Antwort. Falls du eine Frage nicht ganz verstanden hast, kannst du ganz einfach wieder zurückspulen und sie dir noch einmal anhören. Manchmal werde ich dir Fragen zu Verkehrszeichen stellen. Diese solltest du dir dann bildlich vorstellen können. Hierzu teilen wir die Verkehrszeichen in drei Kategorien auf. Gefahrenzeichen, Verbotszeichen und Gehbotszeichen. Immer wenn ich Gefahrenzeichen sage, stellst du dir ein dreieckiges Verkehrszeichen mit rotem Rand und einer Spitze nach oben vor. Verbotszeichen sind rund mit einem roten Rand. Und Gehbotszeichen sind rund und blau. Und nun viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg bei der Prüfung. Frage 322 Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen sie anhalten können? Antwort Innerhalb der von mir übersehbaren Strecke. Frage 344 Wir sehen das Bild eines Reifens. Frage Welche Bedeutung hat das auf dem Reifen angegebene Herstellungsdatum 1217? Antwort Der Reifen wurde in der zwölften Kalenderwoche des Jahres 2017 hergestellt. Frage 359 Welche Aufgabe hat Motoröl in einem Verbrennungsmotor? Antwort Das Motoröl dient dem Verschleißschutz, der Kühlung und der Reinigung. Frage 360 Wann sollten Sie den Reifendruck überprüfen? Antwort Antwort Unmittelbar nach jedem Reifenwechsel und regelmäßig bei kalten Reifen. und regelmäßig bei kalten Reifen.